hallo hier ist muho wieder aus osaka gestern habe ich ein bisschen was gesagt über die japanische silbenschrift es gibt zwei verschiedene systeme hilagana und katakana die einen sind eher rund so wie die die man hier sieht sowohl das gar hier also das ist das zeichen für k und wenn da noch zwei pünktchen dazukommen wird aus dem k ein gar und das hier ist sensei und bei diesem se da könnte man jetzt auch zwei pünkte dazu machen dann wird aus dem scharfen es ein weiches essen dann würde das sind zum beispiel werden wenn man sind wie sehen buddhismus mit hilagana schreibt dann schreibt man es auch so bloß dass hier noch zwei pünktchen dazukommen also nicht sinn nicht sinn buddhismus und auch nicht sasen sondern seine mit zwei pünktchen weiches sasen und hier also da wenn diese pünktchen da nicht wären dann wäre das ein schub und mit den zwei pünktchen wird es zu einem bu und das da ohne die pünktchen wäre es ein tag mit den zwei pünktchen wird es zu einem da und das kleine zu wird nicht ausgesprochen sondern dass da wird da so ein bisschen verdoppeln ist das alle da alles ja auch ein doppel die ist bei buddha also nicht buddha sondern buddha buddha wird das ausgesprochene buddha sensei und ja die zwei silbensysteme die lernt man spätestens in der ersten klasse in japan also verglichen damit dass man im alphabet nur 26 buchstaben hat eine ganze menge aber wie gesagt ich habe das gefühl dass es sehr viel logischer ist und auch sehr viel einfacher für japanische kinder zu lernen was die echte hürde ist auch für japaner zum teil sind die sie nur japanischen schriftzeichen also das ist eine tabelle von den schriftzeichen die erst zweit und drittklässler lernen also das ganz oben ist das grüne das lernt man in der ersten klasse das sind zum beispiel die zahlen von 1 bis 10 und die schriftzeichen die man braucht um die wochentage zu schreiben also der montag ist auch in japan und vermutlich genauso in china der mond tag also man schreibt es mit dem schriftzeichen für mond und mit dem schriftzeichen für tag und der dienstag vermutlich deshalb weil es vom mars her kommt wahrscheinlich auch französisch ist auch mal die oder oder so ähnlich also der dienstag hatte ja was mit dem mars zu tun deshalb ist es auf japanisch der feuer tag also der feuerplanet ist der mars mittwoch ist dann der wassertag der wasserplanet welcher planet ist denn das jetzt nicht merkur vielleicht vermutlich ne merkur die auf französisch ne wenn ich mich jetzt nicht täusche und der donnerstag ist der holztag mokuyobi das ist dann saturn oder jupiter 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 jetzt bin ich mir nicht mehr sicher aber der freitag kino bi ist der äh naja der gold tag ne das ist die venus und dojo bi dojo bi ist saturn ne der erd tag und nichiyo bi ist dann der tag der sonne sonntag äh immer wie die wie dem auch sein ne also das sind äh auch zeichen die ein erstklässler dann alle lernen muss ne wobei hier äh das sind noch äh ist noch relativ überschaubar was man als erstklässler lernt als zweitklässler sind es dann plötzlich doppelt so viele und das blaue das sind dann die zeichen die man als drittklässler lernt und als viertklässler sind es dann plötzlich in einem jahr schon 200 das heißt äh im schnitt lernt man an jedem schultag ein neues schriftzeichen und das geht dann so weiter bis zum ende der oberstufe hat der durchschnittliche japaner 2000 schriftzeichen gelernt und so viel braucht man auch wenn man eine zeitung zum beispiel von vorne bis hinten lesen will und sowohl den kulturteil als auch den wirtschaftsteil und so weiter alles verstehen will ne das schwierige an den schriftzeichen ist dass man bei jedem dieser zeichen auswendig lernen muss wie es ausgesprochen wird wobei die meisten dieser zeichen auf verschiedene weise ausgesprochen werden können das hängt dann immer vom kontext ab was man allerdings bei manchen zumindest bei manchen dieser textzeichen bei einem guten betrachten versteht ist was sie bedeuten ne also auch beim hannya schien jo selbst wenn man nicht bei jedem dieser zeichen weiß wie es ausgesprochen wird oder wie es ein chinese zum beispiel aussprechen würde wenn man das zeichen kennt weiß man zumindest was es bedeutet und was ist wohl auch in china heute noch bedeutet eine ausnahme war wie gesagt das ende das mantra ne das ist von netische schrift und da helfen einem die schriftzeichen wenig da muss man einfach wissen wie man das ausspricht ne und die silbenschrift von der ich schon gesprochen habe die hat sich entwickelt aus den chinesischen schriftzeichen am anfang vor 1500 jahren als diese schriftzeichen nach japan kamen da hatten die japaner zwar ihre gesprochene sprache aber sie hatten keine schrift schrift und sie verwendeten zunächst die chinesischen schriftzeichen von netisch das heißt um ihre eigene sprache wieder zu geben verwendeten sie schriftzeichen die ähnlich ausgesprochen wurden auch wenn der sinn vielleicht ein ganz anderer war der schriftzeichen selbst und sowohl die katakana als auch die hilagan haben sich daraus entwickelt die katakana das ist dann einfach wenn man diese schriftzeichen schnell schreiben würde dann würden sie zum beispiel ja so aussehen an ein schriftzeichen das k ausgesprochen wurde wenn man es dann kalligrafe schreibt ne und abkürzt dann wurde ein gar sieht es so aus wie dieses k hier oder sensei und bei den katakana war es eher so dass einfach nur ein teil dieser schriftzeichen dann übernommen wurde na wer das ganz genau wissen will da gibt es bestimmte andere stellen im internet wo man das noch genauer erklärt bekommt ne aber ja also in der schule lernt man in der grundschule wahrscheinlich so erstmal um die 1200 schriftzeichen würde ich sagen plus den beiden silbenschriften und was für uns deutsche vielleicht interessanter jetzt ist ne ist die frage wie spricht man japanisch aus wenn man weder die schriftzeichen kennt noch die silbenschrift bekommt man es in der regel mit lateinischen buchstaben zum beispiel auch in den sutra büchern also es gibt zum beispiel im soto im soto dieses sutra buch hier das kann man ich habe das auch beim herz sutra schon mal verlinkt das kann man sich auch runterladen aus dem internet das gibt es vollständig im internet da kann man es entweder einsehen oder wenn man will sich auch runterladen und da sind alle in soto einigermaßen gebräuchlichen sutren mit lateinischen buchstaben zu finden das herzutra ist natürlich auch dabei und da ist sogar englische übersetzung mit dabei aber in vielen dojos wird es ja auf japanisch gelesen ist halt nur die frage wie wie genau liest man das zum beispiel schreibt mir hier jemand wie kommt es zu den unterschiedlichen aussprachen des sutras in den sen linien einmal o mit überstrich als o und ein anderer mal ein anderes mal o mit überstrich als ö darauf habe ich schon auch in der kommentarspalte geantwortet dass im japanischen ist eigentlich kein ö gibt also mein name mein nachname ist ja nölke das können japanische japaner so nicht aussprechen die sagen stattdessen ne luke so wie die blume nilke weil es gibt kein ö und der oberstrich macht aus dem o kein ö der oberstrich bedeutet einfach nur dass das o lang ausgesprochen wird aber darüber spreche ich vielleicht ein bisschen ausführlicher im nächsten video bis dann